Das schönste Geschenk kommt vom Vater. Und wenn er nicht zu Hause ist, dann darf auch der Sohn einmal damit spielen. Die Faszination, die von Bruder-Spielzeugen ausgeht, erklärt uns Christoph Bramreiter vom Baumarkt Spreitzer. Beim Bruder ist es so, die Spielzeuge sind alle im selben Maßstab, 1 zu 16. Also es passt immer alles zusammen, von der Regulation her, und das Feuerwehrabdruck war natürlich Rotlicht, Blaulicht, Kondomlicht, wie man sagt, mit Motorgeräusch, Sirenengeräusch. Mit Sirenen? Ja, da kann man alles einschalten und kann man auch Wasser schützen damit, alles beweglich zum Aufrollen. Und vor allem, was mir so braucht, ich habe auch selber einen 6-Jährigen-Gurm, das Spielzeuge ist auch stabil, das holt wirklich etwas aus. Die durchdachten und lebensnahen Spielzeuge von Bruder zum Thema Landwirtschaft und Bau begeistern schon Generationen. Musik Erhältlich sind Sie beim Baumarkt Spreitzer in Ipsitz und Abfahrt. Musik 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 Musik